Und dann hoffen wir doch, dass es endlich los geht. Hallo und herzlich willkommen auf Slutty zockt unter einer weiteren Partie Sternhalmer. Das Video hätte heute eigentlich heute Morgen online kommen sollen. Also ich bin heute... Heute läuft es einfach nicht. Das ist jetzt bestimmt schon der sechste, siebte Versuch, dieses Video aufzunehmen. Es läuft einfach nicht. Es ist immer was anderes. Jetzt war ich mit der letzten Aufnahme eigentlich zufrieden und sehe im Schnitt. Der Musiktitel da, das genötzt, wird nicht eingeblendet. Es stand nur keine Wiedergabe, obwohl die Musik lief. Also, es ist wie vor der Hext heute. Ja, und dazu kommt noch, dass ich nicht in jeder Aufnahme gewonnen habe. Wir spielen auf Spiele umsonst. Der Sternhalmer in einem braunen Layout. So, gefällt mir das. Das schmeichelt im Auge. Ha, wir machen jetzt nicht lang rum. Wir fangen an. Schalten aufs Gameplay, lögen, dass Musik eingeblendet wird. Und dann hoffen wir doch, dass es endlich losgeht. Und das Spiel einigermaßen läuft. Also sowas, äh, es läuft zur Zeit einfach nicht. Jeden Tag ist irgendwas anderes los. Ihr könnt doch nicht vorstellen, wie das nervt. Und dann zwischendrin verlierst du dann Konzentration aufs Spiel. Weil halt da lügst und dort lügst und, oh, ich schwör. Also ehrlich, heute bin ich froh, wenn das geschnitten ist und alles erledigt ist und in ihrem Bett bin. Also, äh, Katastrophe heute. Erst bringt wieder Breit. Besser Breit spielen, das kann ich sowieso auch nicht. Jetzt muss ich da wieder aufpassen, weil er da so einen scheiss Eckstein hat. Ohne mir dann immer in Parade springt. Gesundheit. Hörst du, du musst ja den ganzen Tag heute. Ich weiß nicht. Ah ja, hoffentlich kann er die höchste Reihe mal los. Was sagt ihr da zur Bundesliga? Alter Schwede. Die Bayern. Aber ich hab's ja immer gesagt. Irgendwann reist jede Serie. Ja, und wenn sie halt mal nicht Meister machen. Ja mein Gott, dann müssen sie halt nächstes Jahr wieder vom neuen Mann greifen. Zehn Meisterschaften in Folge. Wer hätte das früher gedacht? Und dann hat man schon gesagt. Wahnsinn. Jetzt haben die Bayern das auf ein neues Level gesetzt. Zehn Meisterschaften in Folge. Das schafft doch kein Mensch mehr. Das schafft keine Mannschaft mehr in der Bundesliga. Also. Ich glaube nicht, dass das nochmal klingt. Wenn, dann höchstens Bayern. Jetzt springt er mal gleich wieder rein. Hau ab. Wie so. Hallo, da will ich einsetzen, nicht anders. So will ich absetzen, es funktioniert heute überhaupt gar nichts. Das Spiel läuft auch nicht so richtig flüssig, warum auch immer. Jawohl, wenn ich da reinstele, springt er vielleicht drüber. Jawohl, dann ist er weg, hier wechselt. Ja, du siehst, springt mir jetzt wieder irgendwo in die Lücke hin. Ich sag das, es ist so ein Mischsau. Ich sag das, es ist so ein Mischsau. Es ist so ein Mischsau. Ich sag das, es ist so ein Mischsau. Ich bin alle drei, er ist es. Ja, ich bin alle drei, er ist es. Ja, ich bin alle drei, er ist es. Jetzt spring ich da lieber mal drüber, sonst ist der blaue nachher weg. Und ich stand da mit meinem Talent. Das war jetzt auch so ein Griff ins Klo, oder? Das haben ihn jetzt auch wieder gezogen. Bringt er eh. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ah, das ist Liria. Ah, das ist eine Schöpfung. Ah, das ist eine Schöpfung. Ah, das ist eine Schöpfung. Ah, wie lange sprichst du, ne? Ah, da braucht der immer noch rum. Ah, der hat noch einen Zug. Scheiße, ein Dreck. Ja, verloren. 47 sind 49 Zug. Naja. Wenn mir das Video trotzdem gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Ja. Und äh. Ja. Ansonsten bleibt wie ihr seid. Genießt ihr Leben. Habt Spaß. Und ich hoffe, dass jetzt äh. Sternhalmer. Jetzt fehlen mir schon die Worte. Das Sternhalmer 16.8 jetzt endlich geschnitten werden kann. Abartig heute. Ja. Nicht normal. Andauernd ist was anderes. Also. Zladi sagt. Tschüss. Tschüss. In der Lautstärke. Genau. Das ist ja auch. Also. Da und auch wäre echt lieb. Tschüss SIGOVSKI. Tschüss YouTube. Will ich ja immer sagen. Als Schluss. Also. Gehabt euch heute. Tschüss. Nice.